Also, du hast ein Problem mit Gesichtstätowierten. Gib's zu. Nein, hab ich nicht. The Game ist auch Gesichtstätowiert. Das Ding ist aber, Takashi, ich hab so aus Spaß, so aus reinen Entertainment-Flags, hab ich so gesagt, ja, when you come to Germany, ah, Dings, ah, das. Das war einfach ein Joke. Es war Spaß. Ich entertaine. Weil du das jetzt letztens gesagt hast. Ja. Bruder, eine Armada, eine Armada von Gesichtstätowierten, bunthaarigen, pubertierenden Hurenkindern haben mich jeden Tag auf Instagram, wie kannst du sagen, über 6ix9ine so zu reden? Wer bist du? Wer ist 6ix9ine? Und irgendwann hab ich gesagt, ey, was hab ich gemacht? Äh, 6ix9ine kennt dich gar nicht. Was denkst du dir? Aber wirklich Unmengen. Unmengen. Und dann war das irgendwann so viel, dass ich ins Internet wirklich gegangen bin und ich hab gesagt, okay, guck mal, es war Spaß. Ich hab einen Spaß gemacht. Wer bin ich? Wer ist 6ix9ine? Ich mein, vor Allah wissen alle gleich. Ne, aber 6ix9ine ist halt so ein Welt-Superstar. Jetzt mal abgesehen davon, dass er halt ein Snitch, ein kleiner Bastard ist. Aber er ist halt ein Superstar. Es war Spaß, mein Gott. Das war's, mein Gott. Das war's, mein Gott. Das war's, mein Gott. Das war's, mein Gott.